Hallo aus Innsbruck. Heute machen wir eine Verpackung, eine recht große Verpackung machen wir heute. Und zwar so eine. Ganz eine einfache. Und da drinnen versteckt sich eine Flasche. So. Also wie gesagt, es ist nicht viel dabei, aber man braucht eigentlich recht viel Papier. Und zwar braucht man ein kleineres Stückchen Deckel. Dann braucht man einen ganzen Bogen fast vom Farbkarton. Und dann braucht man auch noch fast den ganzen Bogen Designpapier. Ich nehme da heute das her. Mit den vielen kleinen Schnecken. Weil das nämlich schön auf den weißen Hintergrund drauf passt. Gut, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit dem Deckel. Und zwar brauchen wir für den Deckel ein Stück Designpapier. Ihr habt jetzt flüsterweiß. und zwar brauchen wir den in der Größe 12,2 mal 12,2. Dann nehmen wir den auch gleich falzen. Und zwar rund um also alle vier Seiten bei drei Zentimeter. So, dann ist der Deckel mal fertig. Dann klappen wir den Arm nach außen. So, dann ist der Deckel mal fertig. Dann klappen wir den Arm nach außen. und machen den restlichen Farbkarton. Und zwar schneiden wir den jetzt zu auf 27 Zentimeter. und da schneiden wir 25 Zentimeter zu. Also noch einmal. Den schneiden wir jetzt zu auf 25 x 27 Zentimeter. Gut, dann drehen wir mal zuerst so hin, dass die 27 Zentimeter oben liegen. Und da falzen wir dann bei 6 Zentimeter. Das ist dann der Boden. Dann drehen wir die ganze Sache um, dass die 25 Zentimeter oben liegen. Und falzen alle 6 Zentimeter. Also bei 6 Zentimeter. Bei 12 cm. Bei 18 cm. Und bei 24 cm. So, dann haben wir das eigentlich auch schon gefalzt. Dann gehen wir noch weiter zum Designpapier. Das Designpapier schneidet jetzt einfach 5 Millimeter kleiner als wie die Seiten haben von der Verpackung. Das heißt, wir schneiden das zu auf 20,5. Da muss man wieder aufpassen, dass die Schnecken auf die richtige Seite schauen. Oder was man auch immer für Papier hat. So, und dann schneiden wir 5 Streifen runter. Und zwar mit 5,5 Zentimeter. So, dann bleibt von dem Designpapier nur mehr das übrig. Und das kann man für was anderes verwenden. So, 5 Streifen habe ich deswegen runterschneiden lassen, weil man ja oben für den Deckel auch noch ein Stück braucht. Und zwar haben wir das dann 5,5 x 5,5. Und da schaue ich jetzt, wo sich das dann am besten ausgeht. Ich glaube, das ist eh so okay. Damit wir viele ganze Schnecken drauf haben. So, wie zum Beispiel bei dem Papier. Da habe ich dann natürlich geschaut, dass ich eine Schnecke ganz oben habe. Damit ich nicht überall noch ein Stück drauf habe von der Schnecke. So, und das Stück bleibt dann auch noch über. Ich habe jetzt bei dem Designpapier geschaut, dass ich es immer schon der Reihe nach hinlege. Weil so passt es dann wieder zusammen. Und genau so werde ich das dann auch auf die Schachtel aufkleben. Das Schneidebrett braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir eine Schere und unsere gefalzten Flüsterweißbögen. Ich nehme jetzt da eine lange Schere, weil die einfach feiner ist, wenn man so längere Sachen zum Schneiden hat. Ich schneide das jetzt da ein bisschen schräg ein. Das ist dann feiner zum Zusammenkleben. Genau so da. Überall einfach so ein kleines Dreieck rausschneiden. Ich finde das dann einfach feiner, wenn das nicht auf der Seite überall raus steht. Und natürlich auf der Seite auch noch. Und wenn wir gerade beim Schneiden sein, machen wir das auch noch gleich. Da mache ich es jetzt ungefähr gleich. Nur, dass ich jetzt kein Dreieck rausschneide. Sondern da eine Seite gerade mache. Und die andere Seite ein bisschen schräg mache. Dasselbe machen wir daneben auch noch. Und dann nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Dann gehen wir mal ans Falten. Da können wir das Faltbutton hernehmen. Damit wieder schöne Kanten entstehen. Das machen wir dann auch gleich. Wenn ich da unten schon eingeschnitten habe und erst dann falte. Mach es gern so, dass ich es lange rüber falte. Und nicht die kurzen rauf. Weil wenn ich die so rüber falte. Dann habe ich da wirklich eine schöne gerade. Und alle sind gleich gefalzt. Mir ist das öfters passiert. Dass da dann nicht alle auf der gleichen Höhe gewesen sein. So, dann falten wir noch die da. Und dann gehen wir ans Aufkleben vom Designpapier. Das heißt, ich habe jetzt da meine 4 Stück. Und die passen jetzt, wenn man die da hinlegt. Passen die ja dann wieder zusammen. So. Und genau so klebe ich sie jetzt auf. Beim Aufkleben wir schauen, dass auf allen Seiten ungefähr gleich viel Rand bleibt. Genau. Da kann natürlich auch ein anderer Kleber verwendet werden, aber ich arbeite einfach gern mit dem Flüssigkleber, trotz dass er flüssig ist, trocknet er eigentlich recht schnell und er hält er da einfach gut. Und all zu viel brauchen tut man auch nicht, wenn man da einfach rund um einen Randfahrt und in der Mitte noch ein bisschen, das reicht vollkommen. So, dann kleben wir jetzt noch das auf den Deckel drauf. Das Aufkleben ist einfach feiner, wenn es noch nicht zusammengeklebt ist, weil dann kann man das einfach schön festdrücken und in die richtige Richtung schieben. Ja, so. Das klebe ich jetzt auch so auf, weil ich die Seite einfach lieber vorne habe. So, als wie die Seite. Deswegen klebe ich das jetzt da auf. So, dann kleben wir den gleich zusammen, den Deckel. So, das einmal da hinten rein. und schauen, dass man da schön gerade ist. Wenn ich aus dem Bild bin müsste, entschuldigen, aber ich mache das eigentlich immer recht gern so schön nah bei mir. Da vergesse ich dann oft einmal auf die Kamera, dass die bei mir nicht filmt. So, dann ist der Deckel fertig. Dann kleben wir jetzt das Unterteil noch zusammen. Da auch wieder nicht zu knapp am Rand raus. Und nicht allzu viel. Und wenn man sich das jetzt da eines umklappt und das rüber, dann sollte das eigentlich einen schönen Abschluss geben. Beim Boden zusammenkleben, da schaue ich jetzt auch immer, dass das Stück hinten ist. Das heißt, du tust das einfach gleich zu mir zurück. Dann klappe ich mal vorne und hinten auf, damit die schon mal weg sein. Dann gebe ich da einen Kleber drauf und da einen Kleber drauf. Ich gebe den mal zusammen. Einfach derweil einmal nur ganz leicht. Dann tue ich da noch einen Kleber drauf und auf die letzte Seite tue ich noch ein bisschen mehr Kleber drauf. Weil das soll ja dann gut zusammenhalten. So, da jetzt das gleich groß ist wie die wie die Box, sollte das auch so passen, dass man da überall schön diagonal ist. Und für das haben wir noch ein langes Lineal. Mit einer langen Lineal können wir da einfach so unten andern mal schön andrücken. Ja, dann ist die Box auch schon fertig. Deckel drauf und eigentlich fertig. Bei der anderen habe ich jetzt da noch ein Akkord rumgemacht. Das werden wir jetzt hier aufmachen. Schauen wir mal, wie lange es gut ausschaut. Dann schneiden wir ab. Dann kann man das da einfach nochmal ein bisschen drauf ziehen. Damit das nicht so leicht wegrutscht. Weil angeklebt wird das nicht mehr. So, ich habe da einfach einen Knoten rein gemacht. Oder auch nicht. Das kann man jetzt entweder so lassen. Oder dann noch eine Masche drauf machen. Ja, dann ist die Verpackung auch schon fertig. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Da haben wir noch die andere. Natürlich mit Deckel. So, dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Und vielleicht 1990. Vielen Dank.